Das ist ein wichtiger Moment für mich, wisst ihr das? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr seid meine ersten Schüler, die uns heute hier trainieren würden. Danke an das Trainerteam, das ihr hier seid. Danke an meine Eltern, an meine Frau und meinen Kindern. Ganz wichtig am Rande, eine Schere halten wir nicht so fest, sondern so. Sonst werden wir hinfallen. Ah, Auge kaputt. Deswegen machen wir die. Hopp rein! Schuhe ausziehen. Schleller! 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 Ich will drauf! Ich will drauf! Genau! Und drauf! Und drauf! Sehr gut! Ja, genau das will ich sehen, Autor! Wie hat euch unsere Halle gefallen? Danke, dass ihr da war. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. In dem Sinne.